Das ist eigentlich die Startur. Es ist 9.47 Uhr, also in gut 5 Minuten werden wir dann die 10 Kilometer Läufer und Läufer hier am Endstart los schicken, zum Schadenstart dann in Richtung Schlussgang. Aber wenn wir mal sehen, wie die Stimmung drauf ist, ich werde euch dann, wie gesagt, alle begrüßen im Ziel. Jetzt werden wir mal sehen, wie ich werde nochmal. 5, 4, 3, 2, 1 und holen Sie den Ball. Wir brauchen 25 Jahre, ich bin hier in 15 auf. Ich habe es mehrfach gesagt, wir haben jetzt ca. 1.000 Läuferinnen und Läufer angefangen und sind jetzt bei 5.000 Läuferinnen und Läufer. Ich habe jetzt einen großen Läufer vergessen. Herzlich willkommen an euch nochmal. Wir haben für mich ein imponentes Feldzustand gebracht. Vor allem würden wir uns auch 25 Jahre, 5 Meter auf, wenn ihr das so hochsehen würdet. Also das ist schon ein imposantes Feld. Herzlich willkommen. Und dann wie gesagt, jetzt hier können wir euch alle zwischen Rundherr in der Hand sehen. Brauchst du mir zu, dass die Quatschen aus der Masse heraus dir zu holen gehen? Ich bin hier auf, ich bin hier auf, ich bin hier auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020